Ja, in diesem Spiel macht man gern immer alles wieder und wieder und ärgert sich über die Steuerung. Warum bin ich letztes zum Ende der Folge desynchronisiert? Ich war letztes Mal auf der anderen Seite, ne? Kommen wir da noch hin? Ohne Schwierigkeiten? Ich weiß es nicht. Ich will wieder auf die andere Seite. Ja, leck mich. Nun mach doch! Du drückst drauf, da passiert nisch. Das interessiert dem Spiel überhaupt nicht die Bohne. Warum da? Na gut. Oh, ich drücke nach oben. Ach, jetzt kannst du dich daran festhalten? In der letzten Folge ging das nicht an der anderen Stelle. Ja, ich glaub die... Ja, genau. Ja, das war klar. Nun komm! Wo ist denn der jetzt? Ich hab dich doch gesehen. Nein? Oder geht das? Hehehehe. Antoine wurde umgebracht! Er wurde umgebracht! Oh, ihr habt mich gesehen. Nein! Zeig mich nicht! Es wird nicht rot. Oh, scheiße! Na, ich bin nicht mehr da! Guck mal da! Das geht natürlich nicht. Das war klar. Das wär ja auch... Der ist krank. Na, los auf sehr! Lasst uns anstoßen! Vive la revolution! Was ist denn? Liebt ihr die Freiheit nicht? Langweilt sie euch? Ich bin ein böser... Alter Mann! Der alle hier nicht leiden kann. Was ist denn nun wieder? Jetzt hat er einen Zappel-Anfall gehabt. Ja, genau. Beim nächsten Mal geht das dann wieder. Ah, wen haben wir denn da? Oder? Oh, jetzt geht er weg! Oh, nein! Der krümelt sich da immer noch. Oder kringelt sich. Töten vom Vorsprung. Ich trinke jetzt mal was. Zur Beruhigung. Ich hab das immer noch nicht verstanden. Ich soll da ein Feuer anzünden. Ach, da. Geh da oben rauf. Da fehlt mir die Flinte. Für die Flinte fehlt mir das Geld. 15.000 reichen nicht. Kommt er denn jetzt mal wieder her? Meine Fresse, der lässt sich ja Zeit, der Junge. Der wird erst mal wieder her. Okay, das geht mir. Das geht mir. Ich hab die Flinte. 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 Ja, ist ja gut. Es nervt wirklich, ne? Geh erstmal looten. Was soll denn das jetzt? Kirchbomben voll. Die sind schon alle wieder verdampft. Das ist genau so ein Unfug. Das ist ab 18, ne? Also, da gibt es viel Schlimm. Die sind alle weg hier. Alle. Erstmal plündern wir ihn. Nougat hat er dabei. Alte Naschkatze. Wenn ihr Befehl habt, uns aus diesen Hallen zu entfernen, dann müsst ihr auch Gewalt anwenden. Denn wir beugen uns niemandem außer Bayonetten. Aber verwalten bedeutet regieren. Und regieren bedeutet herrschen. Das ist der Kern unseres Problems. Monsieur Mirabo? Ist er beleidigt? Erbärmlich. Oder? Verdient Frankreich nichts Besseres? Wie war das? Verledigte Symbol. Rui, macht ihr sauber. Schnell. Ich sagte doch, ich bringe ihn zum Reden. Sehr gut gemacht, Kapitän. Marie? Der Preis für Getreide ist höher als je, Großmeister. Unsere Agenten sind vor Ort, um die Lieferung zu den Docks umzuleiten. Sie warten nur auf euren Befehl. Gut. Hungert sie aus. Durch Hunger und Gewalt werden sie ihre falschen Herren als solche erkennen. Aber seid vorsichtig. Was ihr vorschlagt, dauert mindestens ein Jahr, Großmeister. Wenn nicht zwei. Hä? Wo kommen die auf einmal her? Ich hab Geld gebrochen. Nun geh doch mal hin. Ich muss mal was umschalten. Kommt mal wieder runter. Kommt mal runter. Was denn jetzt los? Nun geh doch zum Gegner. Ich will den, den ich will. Und nicht den, den du willst. Ist das jetzt endlos hier? Ich kann nicht drehen. Ihr seht ja, wie langsam das geht. Nun schmeiß ihn endlich. Ich hau jetzt auf. Das mit dem Gebiet verlassen ist natürlich so ein Ding hier. Hätte ich das Feuer... Ich wäre nicht mehr zu dem Turm gegangen. Er geht nicht runter, ne? Ich wäre nicht mehr zu dem Turm gegangen. Letztes Mal bin ich da desynchronisiert. Das ist dumm. 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 Ich reg mich bloß wieder auf. So. Lauf. Geht doch mal aus dem Weg, Leute. Diese Änderung bewerten. So, das muss reichen. Ein... Drei Punkte. Drei Punkte. Aber keine fünf Punkte haben wir. Wir brauchten aber Fähigkeiten. Das ist ja gesperrt hier. Das muss erst Sequenz neun. Das wollte ich auf jeden Fall machen. Ein Attentat aus der Luft. Fernkampf. Was ist das? Zehn Punkte. Nahkampf. Wenn du denn zu früh drückst, ne? Ja, sechs Punkte. Ah. Ach ja. So, und jetzt? Jetzt bin ich erstmal mit durch. Da geht's weiter. Da haben wir aber auch einen Schnellreisepunkt. Ich reise erstmal ins Café, um Geld abzuholen. Das muss man regelmäßig tun. Das geht leider nur... Das geht leider nur... Das geht leider nur... Ach, wenn man da hinreist. Von unterwegs geht's nicht. Ist ja eigentlich irgendwo... Da guckt, das wurde höchste Eisenbahn. Hier ist auch noch was zu lesen. Kann das sein? Dass da wieder ein Brief ist von Elise. Nein, nein. Hier will ich nicht hin. Hallo. Bleib doch nicht immer hängen. Hä? Wo ist denn dieser Scheiß? Ja, den kann man nicht markieren. Das ist doch der Trainingsraum. Hier gibt's doch nix zu lesen. Hier auch nicht. Keine Ahnung, was das wieder soll hier. Ist das jetzt unten? Ist das oben? Warum ist es denn kräftig? Also, das andere ist ja so ausgegraut. Och, guckt euch dieses Gehampel an. Hier haben wir ja schon ein paar Monturen. Hier sind inzwischen auch alle Gitter verschwunden. Oh, mir fehlt eigentlich nur noch eine, ne? Holzglieder. Alle Einzelspieler-Sequenzen abschließen. Dann hab ich alle. Okay. Wo ist hier was zu lesen? Da unten irgendwo? Aber das ist doch nicht gelb. Wo soll das jetzt sein, bitteschön? Das hab ich doch schon gelesen. Was soll denn das? Ach, 1793. Nein, das hatte ich noch nicht gelesen. Die Jahre zerrinnen hier. Verrinnen. Ich wollte mir hier eine Veranstaltung angucken. Aber hier kann man sich nirgendwo hinsetzen und zuschauen. Es geht nicht. Hier nirgendwo gibt es eine Interaktion. Ich weiß nicht, wie man das machen soll. Ob man sich hier hinstellen muss. Keine Ahnung. Kein Plan. Ja, ich weiß. Ich hab keinen Plan. So, wir wollen mal gucken. Ich glaub, das war eine Dreier, ne? Können ja mal schnell hinschauen. Nicht vergesst das doch. Können wir gleich mal Luftattentat ausrufen. Zwei. War eine Dreier, genau. Ach, ich hätte mal noch zum Händler. Ach, da kann ich nachher noch gehen. Ne Schürze. Ja, ne Kochschürze. Kocht Arno gern. Ich koche auch gern, vor Wut. Wenn's nicht so klappt, wie ich will. So, wo haben wir dann... Ich hatte doch... ...das gesehen. Da ist auch gleich ein Händler. Guck mal, das machen wir jetzt. Draußen ist neblig. Ganz neblig. Ganz neblig. Funktioniert sogar. Hallo, Herr Handelsmann. Schau mich nicht so böse an. Ich kauf dir alle Waren ab. Und danach lach ich mich schlapp. So, da ist noch ne neue Zeitung. Warum kommen die jetzt alle auf einmal? Wo ist denn die Zeitung? Ach, da. Die hatten wir doch schon. Nun lauf! Er überlegt dann immer erst noch, was er macht. Laufe ich nun? Oder bleibe ich stehen und lasse mich abschießen? Jedes Mal das gleiche Theater. Ja. Ich guck ihm beim Malen zu. Wir werden mal markieren, wo wir hin müssen. So. Da ist noch ne rote Truhe. Malst du grad nur Hintergrund? Oder was wird das? Wozu brauchst du einen Winkel? Willst du das auswinkeln? Arno will wieder auf Kisten hoppen. Malst du das gleiche Bild? Cool. Ja, den Verbrecher töten. Ja, und nun? Ihr wartet drauf, dass er erst das Opfer tötet und dann greift ihr ein. Cool. Ihr seid Helden. Arno ist auch so ein Held hier. Der Weg geht gerade. Arno springt. Guck mal hier. Guck mal. Guck mal. Das kann's einfach nicht sein. Sorry. Ich weiß, ich meckere viel rum, aber es gibt hier schon ein paar Unzulänglichkeiten, die sehr unzulänglich sind. So. Ach, ja. Tausend Franken, die brauch ich. Ich krieg im Moment kein Geld zusammen, ne? Hab ich das Gefühl. Es zieht sich. Wir wollen uns doch ein Gewehr kaufen. Hallo. Er macht gar nichts. Er passt da nicht durch, oder was? Moment, denn lass los. Lass! Geh mir nicht auf den Sack. Diese Hampeleien hier. Äh, da müssen wir lang. Da lang. Ja, genau. Da ist ein Tisch. Da geh ich nicht dran vorbei. Da spring ich rauf. Wenn das jetzt einer eilig hat. Ja. Ich will hier nur gucken. Darf ich nicht mal gucken? Na gut, du wirst jetzt sterben. Für dein loses Maul. Lauf! Ja, ha, ha, ha. Wo ist die doofe Truhe? Die kann ich knacken. Ho, ho. Maßgeschneidete Lunge... Rumlungermantel. Ach so, ich muss mal... Oh, habe ich ja ganz vergessen. Medizin. 15 können wir, glaube ich, tragen, ne? Ich weiß nicht, was da unten reingehört. War das hier? Nee. Das ist wahrscheinlich eine von diesen Fähigkeiten, ne? Die da unten in das... Die hier hingehört. Hier. Ich vermute es mal. Ich vermute es mal. Da geht's weiter. Hungerzeit. Erinnerung. Eins. Sequenz neun. Jetzt sind wir schon bei Sequenz neun? Das Spiel ist ja fast vorbei. Ich bin bei 41%. Meine Fresse. Und was ist hier vor... Gesellschaftsklub? Das haben wir doch alle schon. Pariser Geschichten. Helixrisse. Ja, sorry. Habe ich gemacht. Sind alle erfüllt. Koop-Missionen kann ich nicht machen. Sync-Punkte, äh, ja, keine Chance. Die kriegt man ja angeblich. Gibt es nur in den Koop-Missionen. Neun Stück gibt es. Kann ich auch nicht machen. Cool, ne? Weil das funktioniert ja nicht. Artefakte. Was ist das hier? Ah, das geht noch nicht. Ist, ist bisschen blöd gemacht, wenn man 100% haben möchte. Wenn man das Spiel sich jetzt kauft und das nicht hinkriegen kann. Weil es nicht mehr geht. Nächste Folge schimpfe ich weiter. Tschüss.